Da steht halb Kanada schon wieder am Einritt, um jetzt einem ihrer Landsmänner die Daumen zu drücken. Jan Canterhill, übrigens ein gebürtiger Franzose, der seit vier Jahren für Kanada im Sattel unterwegs ist. Da mussten sie fleißig kämpfen, um hier in der dreifachen Strafung frei zu bleiben. Es wird immer weiter für das Pärt. Schön zu sehen, schon beim Anreiten dieser Wasserkombination, ob das Pferd nur noch nach vorne schaut, nur noch weiter kanopiert oder schon so ein bisschen die Augen verdreht und den Rhythmus unterbricht. Und Grund für Kanada hier. Halb Kanada meine ich natürlich das, was aus der kanadischen Region hier angereist ist. Für Jan Canterhill, er schafft es mit Showgirl hier Strafpunkt frei zu bleiben.